Der Spanische Jesuiten-Missionar Andres Lopez, ein Mitglied von Trinity, wurde mit dem Auftrag entsandt, die Schatulle von Xcel sicherzustellen, die sich angeblich in Partiti befand. Statt die Schatulle jedoch dem Hohen Rat von Trinity zu bringen, gestand er seinem alten Freund Sinchi Chica, dem Kaiser von Partiti und Vorfahren von Onuratu, sein Diebstahl. Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan, um die Schatulle vor Trinity zu verstecken. Lopez ging von Partiti aus nach Westen und gründete die Mission von San Juan. Er hinterließ eine bis nach Cozumel zurückreichende Spur aus Hinweisen, der Sinchi Chicas Nachkommen folgen sollten, wenn die Zeit gekommen wäre. Während er die Mission und die tödlichen Gräber unter ihr erbaute, wurde Lopez Verstand jedoch von den Kräften der Schatulle verdorben. Er kam zu der Überzeugung, dass niemand außer ihm der Macht der Sonne würdig sei und starb schließlich, verzehrt von den Kräften der Schatulle, allein in der Dunkelheit. Als kurz darauf ein Großteil der Bevölkerung Partitis einer Seuche zum Opfer fiel, starb auch Sinchi Chica und mit ihm das Wissen um die Spur aus Hinweisen, die zu der Schatulle führen. Nicht gerade viel Funkverkehr. Ein Vulkan. Was denn noch? Wer baut eine mit? Wer baut eine mit? Bleib zusammen! Oh Scheiße! Ich seh mich lieber mal um. Ja. Ausschwärmen! Waffen bereithalten! Ich sicher die Flanke. Bleibt in der Nähe! Meldet euch, wenn ihr was seht! Suche negativ. Wir nach. Sichert nach allen Seiten. Wir kriegen sie. Ist nur eine Frage der Zeit. Dort vielleicht. Das muss ich mir ansehen. Da reicht sie doch nicht aus. Keine Spur. Bei dir? Irgendwo muss sie doch sein. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Sobald sie den Kopf rausstreckt. Vielleicht dort? Vielleicht da. Bitte Gott, vielleicht. Suche einleitend. Das macht die Macht, Jack. Gehen wir. Hier spricht Rogue. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole. Euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich. Aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Wie will er von hier entkommen? Bitte, bitte, bitte. Versuch's hier bei uns. Du siehst echt nicht gut aus. Verdammt! Wir leiden Verluste! Verdammte Bastarde! Bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Sie sitzt in der Falle. Nichts zu sehen! Sie kann nicht weit sein! Sammeln! Wenn einer von den... Attackieren! Attackieren! Die Kappi erwähnt! Weiterfeuern! Die Kappi erwähnt! Die Kappi! Die Kappi! Die Kappi! Die Kappi! Zufürst! Die Kappi! Die Kappi! Die Kappi! Die Kappi! Die Kappi! Zu viele Lu... Was? Die Kappi! Das ist nur einer von euch! Jona, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmannsheil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen. Aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Die geht wohl nie... Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Sie hält sich für... Hey, weißt du, in einigen Fässern ist noch rum. Verdammt, Jameson. Mach deinen Job. Ich hoffe, er ist okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Los geht's. Ich übernehme die Spitze. Ich verliere den Verstand. Hey, wo ist Jameson? Scheiße. Gerade haben wir doch geredet. An alle. Jameson ist back. Sammeln und vorrücken. Ich hoffe, er macht keinen Scheiß. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brennerrad. Deacon Team, Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Wir holen sie uns. Was ist jetzt? Das ist jetzt ohne her. It's not her. Ich verstehe unter Beschuss. Zeit, mein Rad ist erreicht. Das bekommst du schon ausrichten. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich bin in dem Heli, ich hab den Piloten. Was? Schnell! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist so? Gib mir die Schatulle! Nein! Jonah! Jonah! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Oh, Gott. Bereit? Alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wär ich du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Was blöd. Pan, Pan! Pan, Pan! Pan, Pan! Scheiße! Du Knall! Durch das Haus! Oh! Hier ist Cardinal One. Motor läuft wieder. Alles bestens. Ich bin nicht! Ach, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Zentrale hier Cardinal One. Alle Systeme in Betrieb. Sind auf Kursrichtung 327. Verstanden. Nur eine Chance. Untertitelung. BR 2018 Wie weit ist es noch bis bei Titi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Äh, bitte. Nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche Ucho zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay.